meine lieben hier soll er hat eine herzlich willkommen zurück zu drake hollow so unsere heutige aufgabe wir haben alles angepflanzt wir müssen jetzt oder ich will die beiden versorgungswagen anschließen sollte mich kurz orientieren ich schaue jetzt in die richtige richtung okay wir gehen darüber genau da ist die tankstelle das ist nicht anstelle ist hier drüben ja ich habe trotzdem ungefähr in die richtige richtung geschaut von dem her wir müssen die augen aufhalten ich brauche noch schafskabe heißt wir werden bei jeder insel noch mal ein bisschen kurz gucken wo ich denn eine finde auch keine ahnung wie oft oder wie gut die zum beispiel nachwächst durch hier ist nix aber bei der nächsten ist es falsch hier zumindest vorher haben immer ein bisschen schafgabe ist hier gewachsen labernet scheiße labernet das gibt's ja nicht jetzt das sind bären ah da ist schafsgabe eine medizin können wir schon mal herstellen dann werde ich auch gleich nehmen und wir werden doch bestimmt noch ein bisschen mehr schafsgabe hier finden oder auf der nächsten insel zumindest auf der nächsten insel doch bestimmt hier war es das wohl tatsächlich da hinten oder sind das bären das sind bären glaube ich ja keine schafsgabe wir bräuchten schafsgabe sammeln ich habe zwar keine ahnung ob es sowas gibt aber hilfreich wäre es hier schafsgabe da hinten ist doch zum beispiel ich glaube ich muss das jetzt ausprobieren da hinten ist doch die kiste hat er jetzt zwei so teile gekostet aber wir haben auch ein neues oberteil bekommen schau mal kurz was haben wir bekommen eine waffe glaube ich tennisschläger okay kann man benutzen der ist schlecht und hier haben wir glaube ich ein neues oberteil bekommen oder ein hemd vielleicht ich glaube das war eins von den hemden haben wir jetzt gerade bekommen bin mir aber nicht ganz sicher ehrlich gesagt sonst nicht ich ja ja komm spürt bitte mehr schafsgabe wie man sieht block ich nicht sondern steckt immer nur ein bären 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 na gut wir gehen hier noch mal eine nach oben gehen wir jetzt nicht da drüben gucken wir noch mal nach schafsgabe boing boing hier ist doch bestimmt noch was vielleicht sollte ich am anfang auch überhaupt noch mal am anfang über die startinseln laufen weil ich glaube ich bin dann ziemlich viel vorbeigelaufen weil ich mir denke ach das findet man doch eh an jeder ecke warum alles mitnehmen war ich wohl etwas zu nah dran sah gar nicht so aus schafsgabe hallo tja irgendwie gar nicht so gut aus oder obwohl doch fleißiger gesammelt als ich eigentlich vermutet hätte irgendwie schlecht für mich ich kann auch schießen mein freund fluchbären ohne ende aber keine schafsgabe und ich weiß auch gar nicht mehr für was wir eigentlich die fluchbären gebraucht haben ich glaube noch für gar nichts kann es sein hm gute frage nächste frage tja anscheinend habe ich besser gesammelt als ich dachte da rüber müssen wir da laufen wir hier noch mal so ein bisschen oben rum nur nicht in die mitte vom spielplatz da spawnen bestimmt wieder böse dinge und darauf haben wir keine Lust hier könnte ich mal ein bisschen abändern fällt mir gerade ein tennisschläger macht weniger schaden machen wir mal kaputt nebenbei so dann könnten wir jetzt hier schaut doch schon mal gut aus wir probieren doch jetzt einfach mal hier so einen ernsthaft einmal im kuriosen laden herstellen um die herstellung auch für unterwegs freizuschalten ernsthaft ich hasse mich warum mache ich das nicht gleich ich hasse mich wir werden schon alle vier brauchen deswegen und wo sind jetzt hier ok wir könnten aber hier noch ganz kurz hier war doch irgendwo ein händler da drüben was hat denn der alles verkauft hatte ich überhaupt geld ist die nächste frage er hat zum beispiel auch stoffe verkauft wie viel geld habe ich wo steht mein geld löffel 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 ja ach wie wäre es mit genau in der mitte so dann könnten wir jetzt nämlich noch einen yoga ball wenigstens bauen und dann haben wir die ähm nein es fehlt noch ein stoff dann hätten wir nämlich die quest hier auch abgeschlossen so und dann kriegen wir dauerhaft stoffe irgendwie über die lkws und das andere war irgendwas anderes ja da warten wir jetzt mal ganz kurz das dauert ja richtig lang hä gebt ihr mal mehr mühe aus was für teilnissen der zusammengesetzt schaut aus wie ein bunter baseball ist ja geil neus schneckchen willst du mir was geben doch Verbesserung ein platz zum schlafen wir brauchen ein brunnen für drei junge dragora oh wir brauchen mehrere brunnen ähm auch drei junge dragora also wir brauchen auf jeden fall einen zweiten ball und einen zweiten brunnen und ich kann nichts davon gerade bauen so du wolltest mir was geben was sagen ähm ja wolltest du okay mhm dann machen wir uns eben wieder auf den weg doing diesmal vielleicht eher im schnelldurchlauf laufen auf direkten wege halten nicht an gehen ziehen keine 4000 dollar ein wenn wir über los gehen von dies ich nerv mich nicht ich hab's eilig hab's eilig hab ich gesagt die Frage ob man da eigentlich auch hätte abkürzen können einfach so mitten durch oh schöne Musik 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 läuft ja nicht dauernd aber die haben einige schöne wirklich schöne Musikstücke hier drin passt das jetzt wenn ich das jetzt hier hinsetze natürlich nicht so die hätten wir schon mal führe in der Nähe um auf dem Licht zu reiten wie geil ist das denn wie geil ist das denn Abkürzung oh yeah okay das ähm erklärt natürlich einiges ähm ähm erklärt natürlich einiges wir können hier ein Schnelltransportsystem bauen wir können hier ein Schnelltransportsystem bauen hier müsste dann das nächste hin hier müsste dann dann das nächste hin Ah, gibt's doch nicht. Krieg ich jetzt die Teile wenigstens wieder raus? Immer noch? Oh, ganz knapp. Das ist gut. Viel Reichweite haben die ja dann nicht unbedingt. Da muss ich dann schon in die Mitte rein, quasi. Ah, ne, Moment, nochmal. Nee. Hm, hm. Ich mach grad so viel Quatsch. Zerlegen. Ja. Wir müssen jetzt erstmal das Teil hier nehmen. Und dann stellen wir das Teil jetzt hier so rein. Wieder zurück. Das sollte jetzt von der Reichweite her bitte auch langen, weil sonst ist doof. Boah, aber ganz knapp, hä. Ganz knapp. Okay, und jetzt brauchen wir Kristalle. Und jetzt schauen wir einfach mal, ob wir die rein zufällig hier oben finden. da ist noch mehr. Da ist noch mehr. Ich sterb schon wieder. Das gibt's doch nicht. Bleib stehen! Nein! Aber der, ähm, ähm, dieses Steinteil, was ich jetzt bekommen hab, das waren keine Lichtkristalle, gell, das war irgendein größerer, muss ich da mal gucken, irgendwas größeres, kristalligeres. Also ich finde, sterben tut mir echt schnell in dem Spiel, aber ich bin auch eine Blockpflaume. Boink! Oh, wie hoch springt denn der, wenn der tot ist? Krass. Und wenn wir das im Lager haben, müssen wir auch noch den zweiten Wagen anschließen. So. Dann halt so. Leuchtstein. Oh, beide mal weggeblockt. So. Kurze Hose. Aber ich glaub, ne kurze rote Hose will ich nicht anziehen. Ne. Oh, ne. Ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Nehmen wir die zerrissenen Jeans wieder. So, okay. Wir. Da hinten haben wir noch was. Bitte noch ein Kristall, bitte noch ein Kristall. Kein Kristall. So, wir können Wegpunkte einen zumindest mal setzen. Da hinten ist auch noch ein Viech. Ein kleiner Splitter. Dann setzen wir jetzt den Wegpunkt noch, würde ich sagen. Dann hätten wir ja schon mal locker die Hälfte geschafft. Nee. Jetzt müssen wir wieder ausprobieren, halt bis so langt. Ja, okay. Hätten wir sogar noch vielleicht noch drei Meter rausholen können. Und hier gehen wir dann ... Ja, wäre über die Tankstelle wahrscheinlich schon besser. Wahrscheinlich kupft wie wir kupfig sprungen, wie wir gehen. So, dann möchte ich bitte interagieren. Gesundheit an mich selber. Entschuldigung. Doppelsprung war es. Nee, andere Richtung. Also das ist ja schon mal sehr geil. Schneller geht's auch noch. Und umkehren können wir auch. Ja, Shift ist das ja noch. Umkehren? Nein, umkehren. Okay, umkehren mag jetzt so, wollte jetzt so nicht. Lockt doch einfach. So, ähm, genau. Wir brauchen zwangsläufig erstmal wieder hier ein paar. Bleib stehen. Dann mal wieder einen kleinen und einen so einen großen. Oh nee, falsche Tasse. Leuchtstein, da kann ich jetzt auch den Ski wieder einpacken. Leuchtstein und Leuchtsteinsplitter. Ah, okay, hier braucht man die Leuchtsteinsplitter, hier braucht man Leuchtsteine, okay. Wir laufen hier nochmal eine Runde, weil vielleicht haben wir hier auch noch Schafskrabe oder irgendwas übersehen, ich glaub's zwar nicht. Hier haben wir glaube ich vorhin schon gesucht gehabt. Aber wir können ja gucken. Ansonsten sind hier vielleicht noch das ein oder andere Viecherl, die wir schnitzeln können. bei Viech sehe ich doch hinten. Au, bin ich nicht gerade zur Seite gegangen? Aber anscheinend nichts fallen gelassen. Okay, dann gehen wir nochmal ganz Wasser raufschnellen. Noch ein bisschen Helmgraut, weil die auch nicht für was man das braucht. Aber Moment mal, den LKW haben wir jetzt schon mal angeschlossen. Das heißt, naja, wir haben es nicht angeschlossen. dann könnte man jetzt einfach noch darüber gehen. Schauen wir mal, was uns da noch erwartet. Schauen wir mal, ein dicker, das ist doch schon mal ganz gut. Keine Munition. Ich brauche aber Munition. Dich wollte ich. Ja. Okay. Ballons haben wir bekommen, jede Menge. jetzt laufen wir noch mal zurück. Wir haben jetzt, wir sind jetzt ein bisschen an ein paar Sachen glaube ich vorbeigelaufen. Genau, da hinten zum Beispiel. Ah, ist mein Ski kaputt, oder? Ja. Hat schon mal gar nichts gebracht. Gebt mir doch Items, Leuchtsteine. Ja, ich hätte den aber auch gern den Leuchtstein. Sehr gut. War auch wirklich ein Leuchtstein, kein Splitter. Wernstein Splitter. Wir könnten uns trotzdem mal heilen, lassen wir mal noch ein bisschen. Oh, da ist auch noch was. Blutstein, sehr gut. Ich glaube, Blutstein langt, dass der nächste Dragora ein Level abgekommt. Eine Angelrute. Okay, hier hätten wir jetzt wohl alles. Kein Heilzeug. Ärgerlich. Okay, hier hätten wir schon mal alles. Pfeil haben wir auch wieder. Hier ist nichts. Mal ein bisschen auf Nummer Vorsicht hier. Nächster Leuchtstein. Sehr gut. Haufen Samen. Oh, schon wieder ein LKW. Schon wieder ein LKW. Sehen wir jetzt aber nicht, was der genau bringt. Aber ist auch egal, weil anschließend werden wir den auf jeden Fall. Überfall kommt auch bald schon wieder. So, Insel gereinigt. Ja, schön, allerdings keine Schafgabe mal wieder. Das ist halt schon ein bisschen doof. Wir können auf jeden Fall immerhin zwei Wegpunkte herstellen. Zwei Wegpunkte lang, aber nicht sehr schön Blaupause um komplett zurück zu kommen. Also ich möchte jetzt quasi erstmal den ersten Wagen mit der Basis verbinden. Aha, da ist auch so ein Sicherheitskreis quasi, ist ja interessant. dann stellen wir nämlich den nächsten hier rüber. Wo müssen wir denn jetzt hin zurück? Das sollte hoffentlich langen. Nicht ganz, nicht ganz. so und dann müssen wir ist eigentlich egal wohin dann gehen. hauen wir mal schnell um. Vielleicht haben wir Glück, aber ich glaube es nicht. Ja, es wird wieder eine knappe Scheiße, das war der falsche. So. Einen brauchen wir noch. Den einen können wir dann wahrscheinlich irgendwo hier hinstellen. Ach, da wäre ja die Verbindung sogar schon. Da wäre sie ja sogar schon. Hallo? Über das Geschenk? Dankeschön. Das Teil kriegste noch. So, altern lassen. Jetzt schauen wir es uns an. Okay, einfach nur ein bisschen größer geworden. Lagerstufe erhöht. Gleiche machen wir jetzt hier aber auch noch schnell. Oh, was kriegen wir denn jetzt? Das Teil geben. Wachsen tut er nicht. Und Geschenk wollen wir erhalten. Unkraut zerstörber zerstörber eine Minute noch. Dann hätten wir aber dich hätten wir noch. Nein. 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 du wirst auch wachsen. Der hat zwei Blätter bekommen oder hatte der anderen auch zwei und mir ist es nicht aufgefallen. Oh, hier liegt ja noch eine Hockey Schläger schon wieder zu viele Waffen schon wieder zu viele Waffen Hier würde ich mir noch Sortier Funktion wünschen 13 Sekunden Dann Oh, wir haben keine Schreine Flipper Automat Doppelstock Bett Weiterentwickelte Kuriositäten Werkstatt Laufbahn Holzzaun So Verteidigen wir erstmal unser Lager Weg Weg Aber schon Level 5 Die werden stärker Sagen wir mal Sonst habe ich doch auch nur zwei Schläge rausgebracht Dacht mir jetzt hier ich brauche nicht so viel blocken Ähm Ist ja eh gleich vorbei die Angriffswelle und dann lasse ich mich einfach heilen es gibt sie nicht natürlich nein ich bin tot so jetzt aber ganz schnell noch hier wo ist der andere der hat doch gar nicht meine richtung geguckt Nein mein Tisch ist kaputt Donnerbüchse habe ich bekommen Doing 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 Also okay auch hier mehr blocken und vor allen Dingen mehr Zäune dann zukünftig bauen da fangen wir mal gleich wieder an wir brauchen als erstes mal hier einfach die kuriosen werkstatt wieder kuriositäten werkstatt ansonsten ist nichts kaputt gegangen hier hauen wir mal wieder rein dabei ach Bären okay hier können wir wieder Samen rein hauen und dann haben wir genau wo ist wo ist unser anderer Anschluss der ist hier hinten irgendwie das langt auf gar keinen Fall ist zu weit das ist zu weit wir haben jetzt aber auch keine Möglichkeit einen zu bauen gerade nein wir bräuchten noch einen lichtstein na gut den holen wir uns aber erst in der nächsten Folge komm hey du komm her komm her ich gebe dir nochmal schnell ein kristall und ich wollte mich eigentlich nur wieder heilen gut holen wir uns in der nächsten Folge ähm Leute dann mal wieder vielen Dank fürs zuschauen bis zur nächsten Folge se